hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von let's play secret wir sind aktuell hier in pandoria und ich glaube ich habe hier jetzt den richtigen weg gefunden um nach aquaria zu kommen denn in der letzten folge bin ich hier ja etwas verzweifelt herum gelaufen und habe den weg gesucht um nach aquaria zu kommen und jetzt ist mir eben eingefallen ich so moment mal in pandoria gab es doch im norden zwei wege um pandoria zu verlassen und ich glaube dass hier ist ja also einmal rechts und einmal links wir stehen hier auf der linken seite und ich glaube hier kommen wir nach aquaria ich hoffe es zumindest so denn wir müssen nach aquaria denn tantalus könnte eventuell dort sein unwesen treiben denn wir haben in der letzten folge im tempel tantalus angetroffen der heidi und oberst hagen entführt hat als kleiner trostpreis hat er die dorfbewohner gehen lassen die dorfbewohner die können jetzt auch wieder sprechen die sind nicht mehr stumm ja einige dorfbewohner sind darüber nicht so erfreut gewesen wenn ich so mal an die familie zurückdenke in der die kinder und der ehemann sich weiterhin gewünscht hätten dass die frau stumm wäre ja okay ich glaube ich habe alles erwähnt was ich erwähnen wollte und hoffe dass wir jetzt hier nach aquaria kommen können so genau denn wir hatten ja den viktor getroffen im tempel und er ist zum lava tempel so quelldorf pandoria ok super stop moment hier ist eins auf die rübe und dann müssen wir jetzt mal gucken doch ich glaube dass hier doch ich glaube dass hier ist richtig das muss richtig sein ansonsten habe ich nämlich echt ein problem habe ich wirklich keine ahnung wo ich hin muss ja hier ist die stelle dich habe ich gesucht dich habe ich gesucht jetzt ist die frage doch ich glaube ich muss hier hoch denn wir kommen doch jetzt hier oben hin wo wir mal oberst hagen getroffen haben der doch auch in den wald damals gelaufen ist und dort oben müsste aquaria sein glaube ich moment was haben wir hier wasserpalast quelldorf war das das wasserpalast war das der wasserpalast moment gefahr hungrige goblins ja moment ich wollte angreifen das hat irgendwie jetzt nicht so funktioniert schieb einfach immer alles darauf dass der angriff daneben ging so zum wucher kater genau da brauchen wir nicht hinzugehen da steht nämlich nur ein haus habe ich ja eben in der letzten folge schon erzählt genau hier wollte ich hin wasserpalast so und im wasserpalast ist aquaria so rum ich weiß nicht warum ich mich eben gesagt hatte wir müssen nach aquaria denn aquaria ist ja kein ort aquaria ist ja am wassertempel so ist auch egal welches wir hier betätigen das ist aquaria der manasamen des wassers wurde gestohlen ich bin völlig ratlos das müssen sie getan haben während rosta in gefangen in gefangenschaft war um wasser erfuhr ich um wasser ja alles klar vom wasser erfuhr ich dass sie den samen zum elfenteich gebracht haben ich glaube nicht dass sie zum imperium gehören bring den samen zurück ok also auf geht's zum elfenteich super dankeschön ich glaube zum elfenteich müssen wir noch mal komplett zurück ich glaube das ist auf der anderen seite gewesen von pandoria denn hier oben in der ecke ist ja quelldorf und elfenteich da muss ich nochmal zurück glaube ich so wasserpalast das ist richtig moment mal hier drüben hier droben wollte ich sagen hier drüben rechts irgendwo ist glaube ich der kanoni bruder der muss hier irgendwo sein ich habe den in der letzten folge schon verzweifelt gesucht allerdings als ich da auch auf der anderen seite war ich glaube der ist hier rechts irgendwo moment hier ist doch der pilz genau das kann ich mir nämlich gut merken wegen dem baum so moment wasserpalast welldorf pandoria ja ich gehe jetzt mal richtung quelldorf nein ich glaube hier ist schon quelldorf hier oben kann nun die reisebüro hier möchte ich hin eine kiste ja ich wollte nicht das schild noch mal lesen aber ich möchte doch die kiste mitnehmen meine güte warum seid ihr denn immer alle so anstrengend bonbon zu viel deswegen ich finde es mittlerweile gar nicht mehr so interessant hier die kisten aufzuheben so kannst du mich bitte zum elfenteich schießen auf in die kanone dankeschön wirklich danke und auf geht's sind die kanone und feuer sie doch eigentlich schön aus die weltkarte hier wäre schön wenn wir eine aktuelle weltkarte bekommen schaut mal wir haben hier voll die vespe getroffen das hier ist der elfenteich okay und wo genau müssen wir jetzt denn weil hier geht es ja zum davatempel okay jetzt bist du natürlich wieder da zack schaut mal alin kam auch direkt raus ich dachte die wird sich da noch mal ein bisschen verheddern der samen wurde gestohlen wir sollen zum elfenteich okay ich werde jetzt einfach mal ganz nach oben gehen vielleicht wird der oben sein wer auch immer den samen hat kann ja nur tantalus sein oder oder vielleicht hat tantalus auch jemanden geschickt den wir noch gar nicht kennen das kann natürlich auch sein so weg mit dir 102 wir sind ja schon zweistellig unterwegs das ist ja richtig cool gut die gegner ja auch wenn ich jetzt mal so zurück an den an den boss denke aus der letzten folge dessen namen nicht leider nicht mehr weiß ich muss unbedingt nach dieser folge muss noch mal die letzte folge reinschauen und mir den namen anschauen wie der hieß ich habe nämlich eben jetzt nur schnell die letzte folge geschnitten hier ist nämlich jetzt aktuell am hochladen so weg mit dir sehr gut leute ach und hier ist die nächste vespe so moment die strömung ist hier scheinbar ein bisschen zu stark ja wir können die gegner hier auch ein bisschen schieben die können wir verrücken so genau hier kommt da ich muss hier rüber um dahinten hoch zu kommen hier hinten gab es nämlich keine treppe nein sag mal wo kommt ihr denn alle her hier ein wespennest oder was okay hier haben wir einen pilz und eine wespe ups zack ja ich möchte meine zauber jetzt erstmal aufheben ich hab dann immer jetzt ich hab da jetzt ein bisschen bammel das finde ich jetzt meine ganzen zauber einsetze und dann auf einmal vor einem boss nochmal stehe und keine mp mehr habe so moment und zack weg mit ihm und hier haben wir eine tulpe und tschüss so wir müssen hier lang denn wenn wir jetzt hier nochmal rauslaufen würden würden wir nochmal richtung pandoria laufen beziehungsweise zum mühldorf die richtung hexen welchen elpenteich jetzt bin ich eine komplette runde gelaufen ich komme gar nicht höher ich dachte ich würde vielleicht noch eins hoch kommen okay dann muss ich vielleicht doch runter also richtung lava tempel okay okay moment zieh ich dann in die höhle kommt leute lasst die tulpe einfach mal tulpe sein wir müssen hier durch oh man so ich frage mich wo ihr immer herkommt wirklich ich habe doch hier alle bekämpft eben so langsam geht ihr mir nämlich echt auf den nerven auch wenn ihr jetzt eigentlich gar kein problem mehr für uns seid aber ihr nervt mich trotzdem okay ich gehe dann jetzt einfach mal hier rein er sagte er geht zum lava tempel vielleicht muss ich dort jetzt erstmal hin und mit victor sprechen ich bin jetzt am elpenteich gewesen und da ist niemand so du kannst jetzt auch nichts für uns tun es macht ja nichts moment kam ich hier noch irgendwie rüber nein okay diese musik finde ich so fürchterlich die restliche musik hier im spiel bisher fand ich eigentlich ganz angenehm und auch teilweise schön aber das hier finde ich ja so nervig moment mal ich glaube hier kommen wir wieder hier hin super dann versuche ich mal mit dem typen hier zu quatschen das ist der älteste gewesen oder der ist gar nicht mehr da wo ist der denn hin der stand doch vorher hier an der seite hier stand der vorher hat sich wohl auch nicht mehr wohl gefühlt und ist erstmal weg so hier brauche ich dann auch nicht rein zu gehen gut dann kann ich ja jetzt hier nochmal raus könnte ich was einkaufen das möchte ich aber jetzt nicht da geht es zum schmied aha hier haben wir sie okay na hier ist victor ja ich glaube ich quatsch erstmal gleich mit dir ja das ist der älteste das schiff der diebe ist in diesem loch in diesem hier müssen wir da runter springen nein ich möchte zurück das war keine absicht um gottes willen nein wie komme ich denn nochmal hier raus nein das wollte ich nicht ich wollte mit victor noch sprechen das ist jetzt nicht euer ernst oder habe ich denn gar nicht mehr die möglichkeit jetzt nochmal zurück zu kommen ja wie blöd ist das denn ach nö verdammt ich wollte nicht aufs schiff ich wollte doch erstmal mit victor sprechen ja ich glaube ich habe da jetzt erstmal pech gehabt super ganz toll okay und wessen schiff ist das da hinten ist eine kiste peitschen orb erhalten aha das ist ja auch ein ding ach so hier komme ich nochmal nach oben alles klar ja nein möchte ich nicht ja das hier sind türen aber ansonsten geht es hier nicht weiter also sonst gibt es keine tür oder noch eine treppe okay wer ist das denn der mannersamen des wassers wie seid ihr reingekommen das werdet ihr bereuen boss oha was für ein boss bist du denn ihr wollt wissen wozu wir den mannersamen brauchen jungs das wissen wir doch achso ne das sagen die jungs auch wie doof entschuldigt das wissen wir doch nicht ihr wir brauchen den samen um unseren super roboter in gang zu bringen wir nennen ihn drill boy ach du meine güte schaltet ihn an genau ja ach du meine güte also so die hellsten sind es wohl nicht oh nein wir müssen jetzt kämpfen wir werden das schaffen kann ich abspeichern wenn ich jetzt verliere kann ich alles nochmal machen schnappt sie euch jungs haltet unseren drill boy ein äh was war das zu viel energie er ist außer kontrolle entfernt den samen benutzt die notenergie ok 19 leute vorsicht langsam macht langsam leute so moment zum glück habe ich eben nicht gezaubert das ist das was ich eben meinte moment ich habe die falsche tasse gedrückt ich glaube wir benutzen hier am besten erzauber was ist denn hier los ich habe nicht übernachtet ich dachte ich habe übernachtet gut na ganz toll boah wenn ich das hier jetzt verliere leute dann kann ich alles nochmal machen was in der letzten folge passiert ist ach du meine güte das wird so mega ätzend ok moment er hat mich erwischt aline ist gezappelt moment ich greife ihn von hinten an habe ich ihn getroffen was war mit sabine ich glaube ich habe ihn nicht getroffen jetzt 31 kann mich nicht bewegen ich finde das so blöd Moment ich muss hier direkt ein bonbon werfen ich will hier oh man das blöde controller hier so aline nein ok Moment oh das war die falsche taste so du bekommst natürlich auch eins zack nicht so nah geht doch von ihm weg wie doof seid ihr denn ihr seht doch dass er sich dreht und die laufen rein ah da muss man sich echt nicht wundern ups jetzt bin ich zu nah dran Hauptsache mal über die anderen gemeckert ok verdammt ich komme aber dann auch nicht ich muss hinter ihn oh meine güte oh jetzt ist die kampfunfähig meine güte die hält aber auch gar nichts aus ich habe keinen bock jetzt zu sterben wenn ich jetzt hier frecke oh man jetzt kann ich der noch ein bonbon geben er regt mich gerade echt so auf ach ich habe ihn getroffen so 32 vorsichtig glaubt er dreht sich gleich wieder ich bin doch vorbeigelaufen oh das hier ist doch so blöd Moment jetzt muss ich hier nochmal was benutzen und für sie auch Aline Sabine ja ok damms jetzt kann ich gar nichts machen wenn ich hier in diesem Mugreding bin Mugreding bin ich treffe ihn dann auch nicht ich bin nicht nah genug dran so jetzt 27 ach kann sich nur um Stunden handeln ja sehr gut Moment das wäre eigentlich der perfekte Augenblick gewesen den anzugreifen nochmal wenn er da in diesem Schockzustand ist jetzt ist sie auch kampfunfähig das ist doch zum heulen ach so ich muss warten Moment jetzt komme ich hier wieder nicht raus so ein rotz dieser auf der aufbau von dem in diesem Menü hier ist eine Katastrophe so was haben wir denn ja komm dann schlag doch mal zu ich weiß wenn ich nämlich ein bisschen zu nahe komme fängt er an sich zu drehen was macht der angriff wartet mal ich muss hier mit jemand anderem spielen ach man ich wollte gerade mit dir spielen man denn sie kann werfen zack gebracht hat es jetzt wahrscheinlich nichts ich habe nicht getroffen was tut er ja Silberheuangriff hä der Angriff ging daneben rede ich mir jetzt einfach mal ein komm steh auf flieg hier nicht durch die Gegend 29 es ist er bald kampfunfähig ach er bewegt sich auf einem Rad na super Moment ich muss jetzt ach wie ich jetzt gerade genervt bin ich habe keinen Bock das hier nochmal alles zu machen mit der wand ey dann kann ich den Gegner ja nochmal erledigen so komm hä warum ist Jan nicht geheilt ich hatte doch eben was benutzt wenn du jetzt stirbst raste ich aus so Jan so 17 immerhin vorsicht weg jetzt zack nochmal 17 öh ich muss warten 100% jetzt dann ist gezappelt hat er mich getroffen hat er mich getroffen so Moment ja ja Feierabend habe ich gar keine MP mehr wirklich nicht ich bin im falschen Menü ich bin im Menü von Jan gewesen so Moment so rum ja ich kann nicht zaubern ach das ist doch Katastrophe darf ich nicht ich bin nicht nah genug dran aber wenn ich nah genug rangehe dann bekomme ich einen Hammer über ah jetzt in die falsche Richtung ich darf nicht mit dem Analogstick spielen das ist echt so schlimm okay weg da jawohl ja super komm bewegt dich ich weiß nicht warum die da immer ewig stehen bleiben will ich war nicht nah genug dran komm weg da es ist die kampfunfähig ich flipp aus ich flipp aus so das war mein letztes ne 17 gern willst du nicht mal angreifen der macht gar nichts ja oh gott sei dank so dann möchte ich hier unbedingt übernachten bitte 6 im magen vor lauter aufregung hier und weiter geht's ja ihr seid alle hochge... ah ich hab das jetzt nicht gelesen was war das wir werden uns später sprechen ich habe nämlich gerade auf meine Lebenspunkte geachtet und habe jetzt nicht sehen können was da jetzt aufgeploppt war Manasam zurückbekommen okay kommt wir bringen ihn zum Wasserpalast zurück haben wir das gesagt ja verdammt jetzt ist Viktor weg käme ich jetzt nochmal runter ja super warum habe ich sowas ausprobiert warum tue ich sowas wie komme ich denn jetzt wieder hoch Moment ich möchte jetzt wieder mit Jan spielen oh man Nanaki was machst du denn für Sachen komm ich denn jetzt wieder nach oben ach du meine Güte du ahnst es nicht okay das ist sowas wie der Maschinenraum Moment nee das hier ist keine Tür ach du meine Güte wie komme ich denn jetzt hier wieder weg ich sehe nichts hier ist eine Treppe ah das ist jetzt mal super lustig wie komme ich denn jetzt hier weg okay Moment ich habe eine Idee ich habe eine Idee im Moment ich habe doch hier sowas wie ein Fluchtseil nicht mit dem Analog Stick Wundertau okay dann bin ich hier ja das ist doch gut das ist doch super okay dann spreche ich jetzt mal mit dir ich habe doch ein Orb bekommen oder welche Waffe soll erneuert werden den Peitschen Orb hatte ich doch gefunden in der Kiste eine Speer ach dann werde ich das eben bekommen haben als ich gesagt hatte das ging zu schnell weg okay Speer ist jetzt gelevelt und die Peitsche sehr schön okay dann hier einmal raus super oh Gott sei Dank jetzt erstmal hier übernachten und abspeichern ganz wichtig ich habe gespeichert okay jetzt geht es mir um einiges besser jetzt geht es mir viel viel besser so jetzt würde ich gerne noch was überprüfen ähm bei wem bin ich denn jetzt hier bei Jan ich wollte ihn schon Justin nennen so Moment 38 ja die Axt ist am besten so Moment hier haben wir 33 mit Pfeil und Bogen 35 dann würde ich gerne der Sabine Pfeil und Bogen geben das hier ist aber nicht Sabine das hier ist Sabine du bekommst Pfeil und Bogen hat das jetzt funktioniert? ich glaube ja genau sie hat Pfeil und Bogen so und sie hat weiterhin Moment mal ich habe zweimal den Speer achso nee das ist die Lanze und das hier ist ja Speer Speer hat 24 24 ja okay aber die Eisen Lanze hat 29 Moment mal achso das ist weil ich jetzt hier mit ihr unterwegs bin die Eisen Lanze hat 33 so jetzt gucke ich mal hier grob durch 28 ja ne sie behält sie behält die Eisen Lanze das passt schon so okay so dann einmal zurück ich habe übernachtet das habe ich getan ich müsste mir nochmal ein bisschen was einkaufen und dann gehen wir zurück nach zum Wasserpalast um Aquaria den Wassersamen zu geben so wie kann ich helfen jawohl ich muss hier einmal dringend einkaufen gibt es jetzt hier neue Sachen so Bonbon muss ich hier einkaufen da habe ich nämlich keine mehr vielen Dank super ja ich weiß bescheid Lebenswasser da habe ich keins mehr auch noch vier Stück so kann ich noch eins kaufen nein ist fertig nein das brauche ich nicht so so Honig und Schokolade konnte ich bei dir gar nicht kaufen das habe ich wo habe ich das noch mal herbekommen ah von Raffi das hat ich bei Raffi gekauft ein komischer Name Raffi ich mag den Namen nicht es liegt aber vielleicht daran mein Bruder der heißt Raphael und dem seine Abkürzung seine Freundin nennt ihn Raffi ich finde das fürchterlich vielleicht heißt ja auch dieser Raffi hier eigentlich Raphael und das ist abgekürzt mit Raffi so Pfeil und Bogen so aber hier müssen wir ja nicht da ist hier müssen wir ja nicht unterwegs sein ich laufe jetzt trotzdem mal hier kurz rein weil ich nicht weiß ob Viktor noch hier ist das ärgert mich halt dass ich da jetzt nicht eben mit ihm reden konnte ich hätte gerne gewusst was er zu sagen hat vielleicht treffe ich ihn ja im Wassertempel ich stehe jetzt eigentlich noch mal komplett den ganzen Weg da drum herum laufen komme ich so eigentlich noch mal raus hier muss ich glaube ich noch mal durch den ganzen Dungeon laufen durch die ganze Höhle hier das möchte ich natürlich nicht dann werde ich beim Schmied entlang laufen es wird doch dann wesentlich kürzer sein genau hier geht's zum Schmied ja du solltest dann schon die Tür nutzen so Moment ich muss mal gerade einen Schluck trinken einen ganz trockenen Mund ich habe nämlich jetzt mal gerade eben als ich gespeichert hatte und euch ohnehin dann rausschneide nämlich gerade mal noch eine Tablette genommen gegen meinen Magen fängt er mich wieder an ein bisschen rum zu spinnen so hallo weg hier mit dir na komm schon und hier Pfeil und Bogen machen es möglich Dankeschön ach so ja aber der ist noch nicht kaputt ich komme da nicht an ihn ran das müsste einer der Damen erledigen gegebenenfalls mit der mit dem Speer oder wie gesagt mit Pfeil und Bogen so dann geht's hier weiter tschüss und aber ja ich weiß von hinten stechen die Bienen auch wenn du keine Biene bist aber dennoch stichst du von hinten ja genau lauf doch einfach so ich glaube wir bleiben auch so in dieser Gruppe na denn auf dem Startbildschirm von Secret of Mana da sieht man wie halt auch eben auf dem Thumbnail da sieht man halt hier Jan Sabine und Aline wird stehen deswegen gehe ich mal stark davon aus dass wir sonst niemanden mehr antreffen werden oder vielleicht antreffen und das wechselt sich das kann ja natürlich auch sein Tag Moment mal ich möchte mal den Angriff aufladen ok geht bis 2 ja stimmt Moment Moment das muss ich jetzt mal ausprobieren wir haben aber diese war wir doch jetzt schon dreimal verstärkt oder dann müsste das doch jetzt bis 3 gehen zack hat schon was das hätten hätte man vielleicht mal bei Botskämpfen einsetzen sollen fällt mir mal gerade ein aber soweit habe ich natürlich wieder nicht gedacht so Moment wo zigeuner ich denn jetzt schon wieder rum ach so ja hier geht es nach oben ja natürlich willst du mich davon abhalten ja ja nein dieses Problem hatten wir schon mal ich weiß nicht warum du das tun musst lauf uns doch nach die Treppen wieder runter da kriege ich was an mich wirklich da könnte ich dann ausflippen bei sowas so und weg ok so Moment hier rechts da würde ich dann nochmal eine komplette Runde laufen da würde ich ja nochmal hinten zum Wasser kommen das möchten wir natürlich nicht so gibt es denn jetzt hier nochmal die Kanoni Brüder ich glaube die gab es doch zweimal bei Mühldorf ja nach Mühldorf muss ich nicht ich muss nach Pandoria und dann komme ich dann in Pandoria dann von unten links und muss dann in Pandoria rein und oben links auslaufen ja also so langsam habe ich jetzt den Dreh raus mit den Laufwegen so was heißt den Dreh raus so langsam kenne ich mich jetzt aus so kann man sagen so komm Chip und weg nein jetzt danke schön Pfeil und Bogen danke eine Lieblingswaffe eine Lieblingswaffe also einer meiner Lieblingswaffen in Videospielen Bein und Bogen Boomerang finde ich toll ich finde die Waffen toll die man werfen kann und schüttel dein Speck und Heilkräuter ist zu viel so und weiter gehts und tschüss so dann bitte lass Moneten drin sein ja 14 Goldmünzen danke schön ja danke schön ich wollte gerade sagen Pfeil und Bogen zum Angriff ich glaube hinter mir tut sich was ich glaube da kam doch auch immer von weiter hinten dann eine Wespe angeflogen ok weg mit dir wie hießen die eigentlich nochmal dieser Hoppla Dinger da ich weiß es gar nicht mehr wie die hießen so Mümler waren das die Mümler ich glaube so hießen sie so einen Moment und tschüss ok so dann gehts weiter ja wir sind ein Pandoria ja und jetzt müssen wir hier oben lang hier kommen wir nämlich zum Wasserpalast und zack ich weiß nicht was das war manchmal hält er die Axt so komisch das sieht dann so aus als wollte er sich schützen kann das sein dass er das dann kann wenn schwache Gegner ihn angreifen weil wir haben jetzt auf dem ganzen Weg wo kommst du denn jetzt her auf dem ganzen Weg hierher noch kein Leben verloren gar nichts verloren so und tschüss nachladen zack die Axt kann man zwar nicht nachladen aber ich hatte von den 100% hier unten gesprochen so genau spring mal hoch dort Mümler das sind die Mümler die heißen Mümler ich weiß es wieder ich bin mir ziemlich sicher dass das die Mümler waren ok so Wasserpalast Quelldorf ich glaub der schleudert mich ach komm ich lauf einfach hier lang ich glaub so weit ist der Weg gar nicht bis zum Wasserpalast das 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 passiert mir jedes Mal die sind einfach so gut getarnt die Blumen so zack ich habe ich aber jetzt gesehen so und hier ging es zum Hura Kater genau na komm her ok das hätten wir das hätten wir ich bin gerade so froh dass ich gespeichert habe eben genau hier wäre ich jetzt eben aufgekommen wenn ich wenn man mich über die Kanone hierhin gebracht hätte jetzt brauche ich nämlich keine Angst zu haben wenn ich sterbe dann ist es nicht schlimm dann muss ich nicht nochmal alles machen wo kommt war der Fisch schon immer da? die waren aber eben nicht da als ich hier entlang gelaufen bin ihr war doch eben nicht hier irgendwas ist bestimmt passiert mit Aquaria also ich meine diese Fische die kenne ich die gab es aber woanders die gab es doch nicht hier oder? Moment zack ok die haben aber schon ein bisschen was vertragen aber Aline ist die einzige die Schaden gefressen hat ja komm bitte was zur Hölle ist denn hier los? was geht denn hier ab? nimm deine Gabel in die Hand er hat eine Gabel in der Hand so rum hast du die von Ariel geklaut? wolltest du dir die Haare kämmen? ok also irgendwas stimmt hier nicht irgendwas ist hier passiert ja hier sind nämlich überall Gegner ok jetzt hat bestimmt Tantalus noch Aquaria entführt oder er erpresst sie oder will uns damit erpressen dass er sie freilässt wenn er den Wassersamen bekommen kann Sabine ist Waffenlevel gestiegen Bogen erreicht Level 1 ja perfekt die Waffen von den anderen dürften auch gerne mal aufsteigen oder funktioniert das dann erst wenn man nochmal einen Orb abgegeben hat? ok 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 wer seid ihr alle? Aquaria Ment schnell weg Markus ok wer ist denn Markus oder Markus wen haben wir denn da? gestatten ich bin Markus vom Imperium achso alles klar du bist dann ein Freund von Tantalus oder was? gib mir sofort den Samen oder Aquaria muss sterben nein tut es nicht was macht ihr? aushändigen wegrennen oh warum überlasst ihr mir solche Entscheidungen? also ich möchte auf keinen Fall dass ihr was passiert aber ich möchte halt auch nicht dass sie den Samen bekommen was ist uns wichtiger? werden die die wirklich umbringen? was macht ihr? ich werde ihn aushändigen wir holen ihn uns wieder wir werden dich dann erstmal in Sicherheit bringen guter Junge endlich endlich haben wir den Samen jetzt können wir das Siegel brechen das wagt ihr nicht soll ich euch etwas lustiges erzählen? oh oh ihr werdet jetzt sterben hahaha was Jabberwocky ok oh alles klar moment jetzt sind wir aber ein bisschen besser vorbereitet das ist Kraftwasser moment das ist nicht richtig moment ich darf nicht analog stick ich darf den nicht benutzen so erstmal die Frostwelle kann ich dann mehr auswählen mehr Gegner ok hätte sein können dass ich einmal den Körper und die Körper angreifen oder beziehungsweise anvisieren kann ach der heißt Jabberwocky ich dachte ok was erzählt er mir da war das sehe ich ja jetzt erst ok moment den Namen möchte ich mir mal gerade notieren ok so ok dann geht es weiter mit moment ich muss nochmal diese Tasse drücken ganz genau dann werden wir den Turboantrieb einsetzen super Turboantrieb ist jetzt aktiv ok sehr gut Leute ich schlage jetzt auch nochmal zu habe ich zugeschlagen ich glaube ich habe nicht getroffen vorsicht vor den Köpfen verflixt Leute aufpassen 32 44 sehr gut was war das denn oh nein 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 sie sind beide kampfunfähig wartet moment ich habe alles ich bin im falschen Menü so nicht den analog stick so Aline kommt zurück so nochmal die falsche Tasse genau und Sabine kommt her sag 30 so jetzt wird hier aber nochmal ein bisschen gezaubert Leute ähm mit dir jetzt nicht unbedingt so sollen wir mal hier diese Schlammbombe nehmen was war das hier nochmal Efeu Mantel was tut Efeu Mantel Juwelenregen wir nehmen Juwelenregen 58 Sabine ist bewusstlos ganz Aline ist vergiftet das wird ja immer besser ja die Köpfe ich muss vor den Köpfen mich in Acht nehmen Moment ich muss jetzt erstmal hier nochmal meine Gruppe heilen oder Moment das kann ich weiß jetzt nicht mit wem ich spiele super Kraftwasser sehr gut und wir sind Bruch geheilt nicht wahr ich habe doch alle ausgewählt ich brech ich verstehe das nicht ist das so wenig Heilung werden denn die 150 durch 3 geteilt oder was wie nervig ist das bitte wo bin ich denn jetzt im falschen Menü auf jeden Fall Kraftwasser ja Aline du hast es am nötigsten so Sabine ist bewusstlos okay Moment ähm Eisklinge für uns alle verdammt Moment ich muss ihr jetzt erstmal ein Bonbon geben bevor die hier das ist die falsche Taste so rum wer möchte denn das Bonbon haben ich wollte das Sabine geben genau oh ein Kopf ist weg das ist doch gut okay Moment jetzt zaubern wir weiter ja okay einmal sehr gut Vorsicht Kopf okay Gift Gas ja das hat mich jetzt getroffen okay und nochmal Justin ach äh Jan nein jetzt ist sie kampfunfähig meine Güte warum sterbt ihr denn immer so schnell meine Güte wer lebt denn jetzt hier noch das ist Sabine hat das jetzt noch funktioniert hat sie ihr Leben bekommen jetzt bin ich kampfunfähig verdammt ich muss wechseln ah okay Moment 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 ich hab das gleich diese Menü Gestaltung finde ich soo beschissen das kann man ruhig so sagen wie es ist okay so Moment nochmals Menü äh über diese Taste wechsel ich wieder und jetzt kann ich sie wieder beleben ja die kann ich mir jetzt erstmal gestohlen bleiben weiß habe ich nicht getroffen Moment jetzt hat das nicht funktioniert ich brech ab steht auf bitte meine Güte wo sind wir denn hier ach du meine Güte wie unfassbar ach ich hab gar nichts mehr ich hab nichts mehr leeko mio Kraftwasser jetzt halt der sich mit 500 du willst mich komplett veräpfeln so ich kann mich aber bewegen 72 Giftgas komm steh auf just äh Jan hallo warum kannst du denn so oft zaubern und ich kann gar nichts das hier schaffe ich nicht das kann ich nochmal machen verdammte Scheidenkleister Mann ich wollte meinen Angriff aufladen und nicht angreifen warum funktioniert denn der Rotz nicht das habe ich eben schon probiert da hat er mich angegriffen da wurde ich nochmal komplett auf null geworfen mit meiner Leiste das ist so besteuert was für ein Dreckskampfsystem wirklich so ein Sch*** Nun gut ich werde jetzt erstmal an dieser Stelle dann jetzt hier die Folge beenden und wir werden beim nächsten Mal das ganze noch einmal probieren ich bedanke mich bei euch fürs einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann tschüß Bis zum nächsten Mal.